Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Drehmomentschlüssel hier richtig einstellst und vor allem auch richtig verwenden kannst, wenn zum Beispiel der Reifenwechsel bei deinem Auto wieder ansteht. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Mit so einem Drehmomentschlüssel hier kann man eine Schraube mit einer bestimmten Kraft in Newtonmeter anziehen. Denn wenn die Schraube zum Beispiel zu fest gedreht ist, kann es sein, dass diese sogar abbricht und wenn sie zu locker ist, dann löst es sich mit der Zeit eventuell. Und das möchten wir natürlich zum Beispiel bei einem Reifenwechsel auf gar keinen Fall haben. Zuerst einmal müssen wir das richtige Drehmoment von unserer Schraube herausfinden. Bei einem Reifenwechsel steht das zum Beispiel jetzt in der Betriebsanleitung bzw. im Handbuch vom Auto drinnen. Kann aber auch sein, dass wenn du Schrauben neu kaufst, dass es dann mit in der Verpackung irgendwo drinnen steht oder notfalls halber kannst du es auch im Internet nachschauen. Dort gibt es auch sehr viele Tabellen dazu. Der Drehmomentschlüssel besteht hauptsächlich aus zwei Teilen. Denn zum einen haben wir hier oben unsere Skala, wo wir ablesen können, wie viele Newtonmeter eingestellt sind. Und zum anderen haben wir hier unten den Griff, wo wir diese Zahl dann auch einstellen können. Also wenn ich jetzt nach rechts drehe, wird dieser sozusagen immer stärker. Die Newtonmeterzahl steigt nach oben und wenn ich gegen den Uhrzeigersinn das Ganze drehe, dann entspannt es sich wieder. Bei neueren Modellen müssten wir jetzt erst einmal bei unserem Griff hier unten eine Verriegelung lösen, dass wir diesen Griff überhaupt hin und her drehen können. Dass er sich später natürlich nicht hin und her hat. Bei mir ist das jetzt leider nicht möglich. Doch, ich mache einfach mal weiter. Ich benötige bei meinen Schrauben 120 Newtonmeter. Dann kann ich hier oben mal ablesen. Ich hoffe, in der Kamera kann man es auch etwa erkennen. Auf der rechten Seite stehen 120 Newtonmeter. Deswegen ich jetzt einfach einmal das Ganze hier reinschraube. Und jetzt können wir ja mal schauen, hier haben wir die Zahl 120. Wenn wir diesen Strich verfolgen, der geht leicht nach unten und hier in der Mitte, wo er waagerecht ist, da müssen wir auch hin. Und zwar müssen wir hier auch noch unsere Ziffern anschauen. 2, 4, 6, 8 und die 0. Und hier müssen wir auf unsere 0 achten. Ich drehe jetzt einmal noch etwas weiter. Ich hoffe echt, dass man das in der Kamera erkennen kann, da es relativ stark glänzt. Und jetzt stimmt die 0 hier mit meinem senkrechten Strich hier überein. Und wir können sehen, dass wenn ich hier genau drauf schaue, dann ist auch dieser Strich bei den 120 genau hier an dieser Grenze dort. Und somit haben wir auch schon 120 Newtonmeter bei unserem Drehmomentschlüssel jetzt richtig eingestellt. Die Ziffern hier unten haben natürlich auch einen Sinn. Hier oben an meiner Skala kann ich immer nur in 10er Schritten hochgehen. Wenn ich jetzt aber anstatt 120 Newtonmeter zum Beispiel 124 Newtonmeter benötige, dann muss ich mir die Ziffern anschauen. Und zwar drehe ich dann einmal den Griff noch etwas weiter und schaue dann, dass hier meine 4 mit diesem Strich genau mit diesem senkrechten Strich übereinstimmt. Und da meine Zahl zuvor 120 war, also meine ganze Zahl, habe ich jetzt seit 124 Newtonmeter bei diesem Drehmomentschlüssel eingestellt. Danach unsere Verriegelung hier hinten wieder festmachen, dass sich die Newtonmeterzahl nicht verändern kann. Und nun setze ich meinen Schlüssel an und gebe einmal Druck drauf und jetzt genau hinhören. Es hat bei mir jetzt zweimal geknackst. Normalerweise kann es, glaube ich, auch einmal knacken. Das kommt auf den Drehmomentschlüssel drauf an. Und somit haben wir die Schraube jetzt auch schon mit 120 Newtonmeter festgezogen, so wie es sein sollte. Bevor ich es vergesse, noch schnell der Hinweis. Ein Drehmomentschlüssel sollte wirklich nur zum Anziehen von Schrauben verwendet werden. Zum Lösen, dann speziellen Radmutterschlüssel oder irgendeinen anderen Schlüssel verwenden. Denn ein Drehmomentschlüssel ist dafür nicht wirklich geeignet. Auch sollte man die Schraube nach dem Knacksen auf keinen Fall fester ansehen. Denn dadurch würde natürlich der Wert von der Newtonmeterzahl her stark verändert werden. Was wir natürlich bei unserer Schraube nicht haben wollen. Und zum Schluss, wenn die Arbeit beendet ist, unbedingt den Griff wieder ganz nach außen drehen. Also den Drehmomentschlüssel sozusagen so gut es geht entspannen. Denn wenn dieser ganze Zeit auf einer bestimmten Zahl gespannt ist, kann es sein, dass sich die Fehler mit der Zeit etwas ausleiten. Und der Wert dadurch auch wieder verändert wird, was wir natürlich auch nicht haben wollen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Drehmomentschlüssel, einen Radmutterschlüssel oder vielleicht sogar diese speziellen Nussaufsätze hier vorne zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr eure Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.